Willkommen zum Video, ich bin Freddy von Fit Zuhause und heute dreht sich alles um diesen kleinen Ball, das ist nämlich ein Faszienball und ich zeige dir, welche Übungen du damit machen kannst. Also viel Spaß dabei! Der Faszienball ist vor allen Dingen für punktuelle Massagen geeignet. Das heißt, wenn du einen verklebten bzw. verspannten Punkt hast, kannst du super mit diesem Ball diesen Punkt lösen und so die Verspannung auch lösen und die Schmerzen bekämpfen. Alternativ zu einem Faszienball kann man auch einen Tennisball benutzen, gerade wenn du noch keinen Faszienball besitzt, kannst du das einfach mal ausprobieren mit einem Tennisball, ob dir das hilft und ja, wenn es dir wirklich hilft, würde ich einen Faszienball wählen, weil der noch ein bisschen härter ist und dadurch noch ein bisschen besser und effektiver ist, um den Punkt genau zu massieren. Die Auflagefläche eines Faszienballs ist viel geringer als von einer Faszienrolle, weshalb der Druck auf den einzelnen Punkt höher ist und ja, deswegen eignet er sich halt auch so gut für diese punktuelle Massage. Wir beginnen mit der Massage des Trapezmuskels, das ist der Muskel hier zwischen den Schulterblättern, der auch gerne mal verspannt, der geht nämlich hoch bis in den Nacken und dafür positionieren wir den Ball zwischen Trapezmuskel und Wand. Das ist dann so ein bisschen so eine, ja, koordinative Aufgabe, aber wenn du das hast, dann kannst du einfach in die Knie gehen und an den Punkt rollen, an dem es dann wehtut und dann bleibst du da und rollst da ganz langsam hin und her. Das kann wirklich auch länger dauern, also mach das nicht nur drei, vier Mal und geh dann schon weiter, sondern bleib da wirklich, bis du merkst, dass das Gebindegewebe oder Fasziengewebe einfach etwas lockerer wird. Und dann kannst du den Muskeln natürlich noch absuchen, ob du da noch weitere Punkte hast, die Schmerzen, und dann bleibst du auch an diesem Punkt, ja, bis das Gebindegewebe lockerer ist. Es kann sein, dass es nicht gleich bei einem Training alles gelöst wird, das heißt, vielleicht musst du es den nächsten Tag nochmal machen, aber du wirst spürbare Ergebnisse haben. Gehen wir weiter zum Nacken, der ja auch gerne verspannt ist, gerade wenn wir den ganzen Alltag am Computer hocken und, ja, deswegen einfach den Ball zwischen Nacken und Wand positionieren und dann wieder den Punkt suchen, bei dem es am meisten wehtut und ganz langsam hin und her rollen. Mach das so, dass du zwei Zentimeter nach vorne rollst, einen Zentimeter zurück oder halt auf dem Punkt bleibst. Wenn der ganze Muskel verspannt ist, kannst du da auch ein bisschen, ja, wie gesagt, zwei Zentimeter nach vorne, einen zurück, aber langsam rollen, das ist ganz wichtig, weil wenn du hier, ja, versuchst so eine Rennung zu fahren, also viel zu schnell rollst, dann bringt das gar nichts, weil das Gewebe Zeit braucht, bis es nachgibt und lockerer wird. Also da geht es dann nicht um die Geschwindigkeit. Den Nacken kannst du auch super mit einem Duo-Wall massieren, den habe ich hier hingelegt, das ist quasi ein oder zwei Faszienbälle, die in der Mitte miteinander verbunden sind. Die positionierst du dann einfach hier im Nacken, kannst du ein bisschen rumrollen oder deinen Kopf von links nach rechts drehen. Das mache ich jetzt einfach mal, dazu habe ich mir hier diese Matte hingelegt. Legst du dich auf den Boden, also beziehungsweise auf den Rücken, positionierst den Ball zwischen Nacken und Boden und drehst den Kopf langsam nach rechts und dann wieder rüber nach links. Wichtig ist auch hier wirklich langsam zu arbeiten und dann kannst du auch die Position Stu-Bolls ein bisschen verändern, je nachdem, wo die Verspannung im Nacken sitzt. Auch eignet sich der Faszienball super, um den Fuß zu massieren. Ich nehme dazu jetzt einfach mal den Tennisball, weil der noch ein bisschen kleiner ist und den kannst du jetzt entweder auf der Matte positionieren oder eben auf dem Boden. Ich mache es jetzt hier mal auf der Matte, weil ich nicht weiß, wie weit ich nach vorne gehen kann, um noch im Video zu sein, aber wenn du es auf den Boden legst, dann ist logischerweise der Ball noch etwas härter, weil er nicht einsinken kann und so massierst du auch noch ein bisschen effektiver, beziehungsweise für Fortgeschrittene. Ist das eine super Sache, wenn du gerade erst anfängst mit dem Faszientraining, kann es sein, dass der Tennisball auf der Matte schon komplett ausreicht und du da schon wirklich Schmerzen hast beim Massieren und sonst einfach den Boden benutzen oder, der Tennisball ist etwas weicher, einen härteren Faszienball benutzen. Und dann rollst du auch hier ganz langsam deine Fußfaszie ab. Auch da ist es wieder zwei Zentimeter nach vorne, ein, zurück und keine schnellen Bewegungen, sondern langsame Bewegungen machen. Du kannst auch ein bisschen zur Seite gehen und da wieder zurückrollen und dann je nachdem, wie viel Druck du ausübst, ja, desto mehr wird natürlich auch der Muskel, beziehungsweise das Bindegewebe gedrückt. Das heißt, du kannst dich dann mehr draufstellen und massieren oder wenn es schon zu doll schmerzt, gerade wenn du einen Punkt hast, der so doll weh tut, kannst du natürlich auch das Gewicht erstmal verringern, ein bisschen rollen, dann ein bisschen mehr Gewicht ausüben oder ein bisschen mehr Druck ausüben, ja, bis sich der Punkt löst. Super. Du machst das zu Hause etwas länger. Ich wollte dir die Übung jetzt nur kurz zeigen, aber, ja, du brauchst da etwas länger, damit das Gewebe wirklich nachgeben kann. Falls du deinen ganzen Körper massieren möchtest, also von, sag ich mal, Kopf bis Fuß, dann eignet sich eher die Faszienrolle, wo ich jetzt einmal das Faszientraining-Video verlinke, wo wir das erklären und sonst zum Beispiel für den Lendenwirbelbereich, den wir hier haben, da kannst du zwar auch den Faszienball benutzen, wenn du da eine punktuelle Verspannung hast, aber da eignet sich sonst super der Duoball oder ein größerer Duoball, weil der hier extra eine Aussparung für die Wirbelsäule hat, um da dann lang zu rollen. Auch dazu haben wir ein Video gemacht, das verlinke ich ebenfalls. Dann hoffe ich, hat dir dieses Video gefallen und weitergeholfen. Ich freue mich über ein Like und ein Abo und hoffe, dass du vielleicht noch auf Facebook in unserer Facebook-Gruppe über das Heimtraining vorbeischaust. Ja, dort schreiben wir, wie gesagt, über das Heimtraining. Du kannst Fragen stellen rund um Ernährung, Training, Dehnen, Faszientraining, was du auch möchtest und entweder antworten wir oder die anderen Gruppenmitglieder und helfen dir weiter. Auch Motivation ist ein großer Punkt. Wir motivieren uns gegenseitig, um beim Sport dabei zu bleiben. Also schau einfach mal vorbei und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder.